I'm only in love. I'm only in love. I'm only in love. Ich habe so viel los. Ich habe so viel los. Und ich hoffe auch, ihr habt darauf Lust, ihr Lieben. Ich habe sehr viel Laune. Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Alles klar. Sehr schön. Ähm, ja. Also sonst geht es auch gut. Und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, euch geht es auch genau so gut wie mir. Also ich habe halt ein bisschen mich gerade nicht so gut angestellt beim Aufnehmen. Aber gut. Aber es ist okay, Baby. Ich bin trotzdem ein bisschen froh heute. Ich wollte echt klasse. Ich wollte echt klasse für den Modellchen eingehen, dass man auch nicht so viel Laderbildschirmzeit hat. Man läuft nämlich hier und dann hat man halt nur so eine Sequenz halt. Finde ich irgendwie krass auf jeden Fall. Das wäre echt cool, dass man nicht so einen schwarzen Bildschirm hat. Wie bei anderen Games. Aber gut. Wir wollen uns ja auch jetzt auf die Suche zur Kirche machen. Zur Kirche. Ich hoffe, ich spreche auch richtig aus. Aber ich denke mal schon, meine Freunde. Ich habe einfach so viele Ultra-Box drauf. Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen. Ich habe einfach so viele andere, weil es ist. Es ist echt klasse für den Modellchen eingehen, dass man auch nicht so viel Laderbildschirmzeit hat. Man läuft nämlich hier und dann hat man halt nur so eine Sequenz halt. Finde ich irgendwie krass auf jeden Fall. Das wäre echt gut, dass man nicht so einen schwarzen Bildschirm hat. Wie bei anderen Games. Aber gut. Wir wollen uns ja auch jetzt auf die Suche zur Kirche machen. Zur Kirche. Ich hoffe, ich spreche auch richtig aus. Aber ich denke mal schon, meine Freunde. einfach einfach so bock drauf also ich glaube ihr habt auch bock drauf weil ich jetzt so viel aber hier ist genau kirche schloss heilwut na klar machen wir jetzt die kirche geht die kirche ist übrigens oben eine frau und ich bin sehr sehr aufgeregt meine freunde aber es egal wir machen jetzt hier ruhig weiter meine freunde machen weiter hier ich freue mich genau sehr schön ich bin einfach nur ich bin einfach nur richtig frei heute ich habe auch ihr habt darauf auch bock und ich habe auch darauf bock meine freunde ich denke mal ja da auch ein bisschen aufgeregt aber ich bin genauso aufgeregt so wie alt ihr aber ich bin noch spannender aufgeregt weil ich ja auch gerade spieler spiele aber ich bin sehr gespannt ich bin wirklich mal spaß jetzt passiert meine freunde aber wir sehen was jetzt passiert meine geile leute ist jetzt genau okay wir reden das mal mit ihr da haben wir wieder als die zweite hat die wir jetzt haben und damit wer mich ja wir haben wir haben wir haben mit denen die unterhalten werden unterhalten wer muss mit den unterhalten die hat die zwei wieder haben wir sagen kurz um was jetzt stein ist was uns hier einfach gleich erwarten möchte ich bitte sagen ich bitte sagen okay auf time habe ich glaube ich auch sucht aber nicht so sehr gesucht ich habe ich denke mal ja 45 mal habe schon durchgespielt aber nicht nacheinander ich hab's zwischendurch habe ich gespannt ich bin mal sehr gespannt was jetzt aber was lebe meine freunde ist genau genau hallo ja mario tee möchtest du zur kirche ich glaube schon das wäre eine gute die glaube ich doch sehr nice also ich bin echt sogar auf wo ich bin ultra grad auf jeden fall ich fand wirklich eins auf dieses geile display also es hat ein ganz normaler space hat wie gesagt ich darf halt kein bester aber es halten ganz besonderes ich bin auch sogar bei la ja so ein geiles display ich habe jetzt schon so unterhalten aber okay ja genau ja der hauptmann ist hier ja und er unterhält sich er unterhält sich er unterhält sich drinnen vater wer auch immer vater ist ich dabei so scheiße sorry